Wenn du deine Entscheidungsfähigkeit verbessern willst, dann ist ein wichtiger Schritt, dass du jetzt hier sofort dir versprichst, dass du vergangene Entscheidungen von dir nicht mies machen wirst. Ich werde meine vergangenen Entscheidungen immer respektieren und achten, denn ich habe sie aus gutem Grund und aus bestem Wissen und Gewissen getroffen. Wenn du dir das so versprechen kannst, dass du es glauben kannst, dann wirst du in Zukunft Entscheidungen leichter treffen können.